Setzpunkt, der Podcast des Hessischen Landtages. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Setzpunkt, dem Podcast des Hessischen Landtages. Ich bin Cornelius. Und ich bin Florian. Wir beide machen gerade unser FSJ im Hessischen Landtag. In der letzten Folge haben Florian und ich mit dem Direktor beim Landtag über die Landtagswahl gesprochen und jetzt steht am 9. Juni die Europawahl an und wir möchten euch ein bisschen was darüber erklären, wie man wählt und was man überhaupt wählt. Ich werde euch nachher erzählen, wie man wählt und Florian hat sich eben informiert, was man wählt. Florian, was wählen wir denn überhaupt am 9. Juni? Ja, also wir wählen das Europäische Parlament, genauer gesagt die Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Das sind insgesamt 720 Stück. Und in jedem der 27 Mitgliedsländer der EU haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Parteien bzw. Kandidatinnen und Kandidaten zu wählen. Und dieses Parlament, was hat das so für Aufgaben? Was kann das machen? Ja, das Parlament ist direkt gewählt von den Bürgerinnen und Bürgern und vertritt deren Meinung in der Gesetzgebung. Die Gesetzgebung macht das aber nicht alleine, sondern der zweite Teil der Gesetzgebung ist der Ministerrat. Da sind aus jedem Land die Fachminister für ein gewisses Thema, also es gibt den, der Ministerrat setzt sich je nach Thema verschieden zusammen, sind die Fachminister, zum Beispiel Justizminister, Außenminister oder sowas in der Art, setzen sich dann zusammen und beraten von den Regierungen der jeweiligen Länder über das Thema. Was noch eine spannende Besonderheit der EU ist, ist, dass Gesetzesvorschläge nur von der Europäischen Kommission eingereicht werden können. Die Kommission ist vereinfacht gesagt die Regierung der EU. Und die Chefin oder der Chef von dieser Kommission ist die Kommissionspräsidentin oder Kommissionspräsident. Aktuell ist das Ursula von der Leyen, die kennt man vielleicht hier in Deutschland auch, weil sie bei uns mal Ministerin war. Und da, du hast dich ja vorhin gefragt, was für eine Rolle das Europäische Parlament hat und welche Aufgaben, ist wieder das Europäische Parlament ganz wichtig, weil es eben die Kommissionspräsidentin oder den Kommissionspräsidenten wählt. Für was brauchen wir denn die europäische Ebene? Also wir haben ja schon die Landes- und die Bundesebene, die auch schon sehr viele Kompetenzen hat. Also wir schauen uns mal in unserem Alltag und in den Nachrichten um. Es gibt total viele Probleme, die sich einfach nicht in den einzelnen Ländern lösen lassen. Also Klimawandel ist ein Thema, aber auch Migration ist sicherlich ein anderes Thema, wo einfach ein Land alleine vielleicht auch ein Stück weit sogar damit überfordert ist oder gar nicht genug Einfluss hat alleine, um da was Großes zu bewegen. Und deshalb ist es total wichtig, dass wir uns in Europa, wo wir viele verschiedene Länder haben, auch zusammen Gedanken machen, wie können wir zusammen Probleme lösen. Oder, es muss ja nicht immer nur um Probleme gehen, wo haben wir zusammen gute Ideen, die wir umsetzen können. Also zum Beispiel, wenn wir uns den Euro als unsere gemeinsame Währung anschauen oder anschauen, dass wir eine Reisefreiheit haben und ich jederzeit in alle anderen EU-Länder ohne große Grenzkontrollen oder eigentlich gar keine Grenzkontrollen reisen muss, das ist ja ein super Privileg, was wir haben. Was überhaupt nicht möglich wäre, hätten wir nicht die EU als große Ebene, die uns zusammen verbindet. Hast du denn irgendein Beispiel für ein Gesetz, das mich vielleicht auch direkt betreffen könnte? Ja, da gibt es tatsächlich ein Beispiel aus der aktuellen Amtszeit des Europäischen Parlaments. Das hat nämlich zusammen mit dem Ministerrat USBC als Ladestandard für Handys und auch für Laptops festgelegt. Weil man kennt es ja vielleicht, wenn man bei Freunden zu Gast ist und sein Handy aufladen möchte, weil man wenig Akku hat, aber die nutzen ein Handy, was einen anderen Ladeanschluss hat, dann ist man aufgeschmissen, weil es so viele verschiedene Anschlüsse gerade gibt. Mit der neuen Regelung des EU-Parlaments und des Ministerrats wird das in Zukunft nicht mehr der Fall sein, weil es nur noch USBC bei allen Handys und später dann auch bei allen Laptops geben wird. Also gibt es kein Kabelwirrwarr mehr. Das ist ja schön, dass ich von jedem ein Kabel dann nehmen kann, aber warum ist das überhaupt nötig? Ziel war es dabei, dass wir Elektroschrott vermeiden können, weil wenn man sich ein neues Handy kauft, was einen anderen Ladeanschluss jetzt bisher noch hatte, brauchte man ja wieder ein neues Kabel und hat das dazu gekommen und die alten sind im schlimmsten Fall sogar in Müll gelandet. Jetzt mit dem USBC-Ladestandard kriegt jeder einfach einmal ein Kabel und kann das so lange nutzen, bis es tatsächlich auch wirklich kaputt ist. Und das Europäische Parlament hat das sogar mit ziemlich großer Mehrheit beschlossen. Aber kommen wir nochmal zur Europawahl zurück. Wir haben schon gesagt, dass sie am 9. Juni stattfindet. Cornelius, könntest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal sagen, wann genau sie wählen gehen können? Genau. Also der 9. Juni ist es für uns in Deutschland. Wenn ihr zum Beispiel in einem anderen Mitgliedstaat wohnt, kann es sein, dass ihr ein paar Tage davor, also vom 6. bis zum 9. Juni die Wahl, dass ihr da eben ein paar Tage davor schon wählen dürft. Aber bei uns in Deutschland öffnen eben die Wahllokale um 8 Uhr am Sonntagmorgen und fließen dann pünktlich um 18 Uhr, also wie bei vielen anderen Wahlen auch. Und wer darf dabei eigentlich wählen? Kann das jeder und jede tun oder gibt es da Einschränkungen? Prinzipiell darf jeder und jede EU-Bürgerin, die in einem EU-Mitgliedsland wohnt, wählen. Das muss aber auch nicht das EU-Land sein, wo man die Staatsangehörigkeit hat. Zum Beispiel, wenn ich in Spanien wohnen würde, könnte ich auch dort wählen. Dieses Jahr ist es in Deutschland eine besondere Wahl, denn zum ersten Mal dürfen auch 16-Jährige wählen und damit eben mitbestimmen, wer denn in der EU Gesetze mit entscheidet. Und wenn ich jetzt in Deutschland bin, kannst du mir erzählen, wie ich dann am Wahltag wählen kann am 9. Juni? In den Wochen vor der Wahl solltest du eigentlich deine Wahlbenachrichtigung per Post bekommen haben, also einen Brief, wo eigentlich alle wichtigen Informationen zur Wahl draufstehen. Zum Beispiel auch, wo du wählen darfst oder wo du hingehen musst, um zu wählen. Und eben am Wahltag, am 9. Juni, gehst du dann mit deiner Wahlbenachrichtigung und am besten noch mit deinem Perso oder deinem Reisepass ins Wahllokal und darfst dann eben bei einer Geheimwahl einmal dein Kreuzchen setzen und den Wahlzettel in die Wahlurne werfen und dann bist du eigentlich auch fertig und kannst dich aufs Ergebnis freuen. Und Cornelius, nochmal eine wichtige Frage, wie viele Stimmen habe ich eigentlich bei der Europawahl? Anders als bei der Bundestagswahl oder der Landtagswahl hat man keine Wahlkreise, in denen man wählt, sondern man wählt nur eine List einer Partei, also man hat eine Stimme und setzt ein Kreuz auf seinen Wahlzettel. Gibt es eigentlich wie bei der Bundestagswahl oder bei der Landtagswahl auch eine 5-Prozent-Hürde? Das heißt, dass die Parteien einen gewissen Stimmanteil haben müssen, um ins Parlament einziehen zu können? Diese Sperrklausel gibt es bei der EU-Wahl nicht. Also es reicht, wenn eine Partei prozentual einen Sitz bekommen würde, dass sie auch eben diesen Sitz antreten darf und da eben einen Mandatsträger oder eine Mandatsträgerin ins EU-Parlament schicken darf. Und kann ich in jedem Land denn die gleichen Parteien wählen oder unterscheidet sich das je nach Land? Das unterscheidet sich von Land zu Land, man wählt die nationalen Parteien, die dann sich aber im Europäischen Parlament zusammenschließen zu einer Fraktion, ähnlich wie im Bundestag und da eben ähnliche Parteien, die ähnliche Ziele haben, schließen sich zu einer Fraktion zusammen. Und nochmal eine andere Sache. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen die äußeren Bedingungen, was ich alles vorbereiten muss und wie ich wählen gehen kann, geklärt. Aber ich soll ja nicht erst in der Wahlkabine überlegen, wo ich mein Kreuzchen mache, sondern vielleicht vorher eine Idee haben. Kannst du da noch ein paar Empfehlungen geben, wo ich mich denn informieren kann, welche Parteien es gibt, was die vorhaben und dadurch vielleicht auch weiß, was ich wählen möchte? Der beste Weg ist eigentlich das Internet, also jede Partei hat eine Webseite und auch ihr Programm. Das sind dann viele Seiten-PDFs, die vielleicht auch ein bisschen erschlagen würden können bei 35 Parteien und da kann ein Ausgangspunkt geschaffen werden durch den Wahl-O-Mat. Der wurde in Zusammenarbeit von jungen Erstwählerinnen und Erstwählern und der Bundeszentrale für politische Bildung erstellt und fragt eben ab, wie deine Position zu bestimmten Punkten ist und zeigt dir dann eben am Ende ein Bild, welche Parteien denn mit dir am meisten übereinstimmen bei den Fragen, die du eben beantwortet hattest. Und es ist ein sehr schöner Weg, um erstmal ein bisschen zu sortieren, welche Parteien du dir vielleicht noch eher anschauen solltest, anstatt dann tagelang dir irgendwelche Wahlprogramme anzuschauen, wo du eh nach ein paar Seiten merkst, das ist gar nichts für dich. Gibt es denn, wie bei der Bundestagswahl, so ein Kanzlerduell oder irgendwas, wo ich vielleicht auch von den Spitzenpolitikern und Spitzenpolitikern so eine Debatte mitkriege? Die europäischen Parteien stellen auch Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten oder der Kommissionspräsidentin auf und damit auch die Bürgerinnen und Bürger da ein Gefühl für bekommen werden, wenn man dann dieses Amt bekleiden könnte, gibt es auch so TV-Duelle, die aufgezeichnet werden und im Internet veröffentlicht werden. Ich hoffe, wir konnten euch einen guten Überblick über die Europawahl geben und kann euch nur noch daran erinnern, am 9. Juni wählen zu gehen. In den Shownotes verlinken wir euch jetzt noch den Wahl-O-Maten und einen Artikel auf unserer Jugend-Webseite www.junger-hessischer-landtag.de zur Europawahl. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Setzpunkt. Setzpunkt